Dive Kick! I'm so godlike! Richtig! Also mit Dive springt man in die Luft, mit Kick kickt man runter, mit einem Hit ist man tot, Runde vorbei, nächste Runde geht los. Also man braucht hier keine Kombos, keine komplizierten Special Moves sich merken, man braucht nur Timing, Spacing und... Viel Intelligenz! Sagen wir mal ja! Ja, also ich spiele links mit Tastatur und der Andi spielt am Gamepad. Eigentlich sollte man tauschen, weil der Andi ist am Gamepad unbeschlagbar, unschlagbar. Mit zwei Buttons ist egal. Aber man sieht schon, es gibt einige Charakter, für das das eigentlich nur als Witz mit zwei Charaktern mit Dive und Kick angefangen hat. Das Game ist gespickt mit kleinen Seitenhieben in die Fighting Game Community. Wer sich da nicht auskennen wird leider nicht viel verstehen, aber viele Charakter sind entweder basierend auf Figuren, also aus echten Spielern aus der Fighting Game Community oder aus Charakteren in Spielen. Wir haben ja gerade eine kurze Testaufnahme gemacht und ich habe festgestellt, die sind auch sehr liebevoll gestaltet. Mit sehr vielen kleineren Details. Hier kann man ein Gem auswählen. Das heißt, Dive Gem plus 10% Dive heißt, ich kann ungefähr 10% höher springen. Kick Gem ist plus 10% Kick. Da kick ich 10% schneller. Und es gibt noch einen Yolo Gem. Alles plus 30%, aber Personal Sudden Death. Das heißt, es geht normalerweise bis 5. Also wer 5 Runden gewonnen hat, wenn ich den Yolo Gem nehme, habe ich praktisch schon 4 verloren. Wenn ich nur einmal getroffen werde, ist dieses Match vorbei. Eigentlich könntest du das nehmen, weil du bist ja... Vielleicht später. Verdammt. Man kann hier sogar die Farben auswählen. Man sieht schon, da ist sehr viel Video zum Detail. Ich nehme diesmal, ich nehme das Grüne. Markus hat den Charakter, der an Dr. Doom angelehnt ist, aus Mal vs. Capcom 3. Man sieht auch meine coolen Schuhe. Also Mechanik haben wir schon ein bisschen geklärt. Es gibt nur einfach nur 2 Buttons. Mit Dive springt man in die Luft. Mit Kick kickt man runter, wenn man in der Luft ist. Wenn man am Boden ist und Kick drückt, dann springt man nach hinten. Macht einen Kickback. Die meisten können daraus auch kicken. Und du hast einen Charakter ausgesucht, der das nicht kann. Dein Charakter sieht man schon, er kann in der Luft zweimal kicken. Mit zwei unterschiedlichen Winkeln. Der erste ist sehr horizontal. Genau, und dann noch einmal steiler nach unten. Und da baut man nebenbei diesen Schuh da links unten auf. Also beziehungsweise links unten bin ich, rechts unten der Andi. Und der Andi hat jetzt gewonnen, weil er näher an der Linie ist. Genau, mit Zeit abgelaufen ist. Unten, genau, unten sieht man die Schuhe. Und das rote ist das Meter, das man aufbaut. Und man sieht auch ein A und ein G daneben, mit jeweils Linien. Das sind die Special Moves, die man einsetzen kann, wenn rot mindestens an dieser Linie ist. Ah, Entschuldigung. Eigentlich müsste ich doch jetzt springen können. Ich wollte kurz mein Special Moves zeigen. Genau, dann zeig dein Special Moves. In der Luft kannst du fliegen. Solange unten dieses rote Zeug ausreicht. Genau, ich kann in der Luft kurz stehen bleiben. Und am Boden kann ich nach hinten laufen. Jetzt haben wir das Fliegen auch nichts gebracht. Oder das Schweben eher. Fliegen kannst du. Wie ist es eher schweben? Ich hab einmal gewonnen. So, jetzt kann man auffällig zur Folge beenden und auch wieder nach Hause gehen. Nee, nee. Genau, wenn man keine Special Moves einsetzt und der Schuh komplett voll wird, dann kommen wir in Kick Factor. Man springt hier höher und fliegt schneller. Und jetzt habe ich einen Headshot kassiert. Ja, aber das helft ja bei dem ja nichts, weil diese Binde ja runter fällt. Ja, normalerweise nach dem Headshot ist man in der nächsten Runde am Anfang kurz easy. Wiegt sich langsamer und kann weniger hoch springen. Aber mein Charakter hatte so ein Kissen rum. Ich glaube, der einzige, der so einen kleinen Schutz hat. Als so einen ersten Headshot passiert eigentlich nichts. Was ihr Damen zu sehen, wo sollten... Hättet ihr auch gerne solche Schuhe, mit denen ihr fliegen könnt? Mist. Du bist knapp vorbei. Knapp vorbei. Auf daneben. Ja. Hätte ich nur ein bisschen gewartet, hättest du sowieso gewonnen. Weil du 5 Euro hier warst. 5 Euro ins Rasenschwein. Bitte? 5 Euro ins Rasenschwein. Das haben wir ja nicht. Aha, ihr seht ihr schon. Hey, da hinten ist ein W in deinem Rock. Und erzähl mal in der nächsten Runde, wie du Dizzy bist. Wenn man einen Headshot bekommt, dann ist übrigens die ganze Miete in der nächsten Runde weg. Sehr gesehen, die schreibt sogar, wenn sie am Boden blickt, weiter. Ja. Ja, das ist viel merkliche aber von dem Dizzy nicht. Gerade noch. Ach Mist. Was? Ich fand das so cool, wie er zurückgelaufen ist. Beim zweiten Mal trifft es selbst dich. Da muss ich aufpassen, bis sein Meter abgelaufen ist. So, schön. Ich bin jetzt ein bisschen weiter links. Erwartet darauf, dass ich irgendwas tue. Weil er nämlich gewinnt. Am besten irgendwas dummes. Nein. Gewonnen. Da steh mich näher. Das ist ja cool. Mit Stuhl. Und hast du meinen gesehen? Ja, der packt immer das Essen aus. Und weint dann, weil er selbst mit Leid. Das macht aber auch, wenn er gewinnt. Ja. Ah. Ah. Mist. Beim ersten Mal falsch gedrückt. Verdammte Kacke. Aber das macht er auch, wenn er gewinnt. Und sie schreibt auch weiter, ja. Ja, sie muss ja notieren, weil du es verloren hast. Not losing. D. Rematch. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, auch das ganze Menü und so lässt sich mit den zwei Tasten bedienen. Also man braucht wieder irgendein Steuerkreuz, Control-Stick, sonst irgendwas. Das funktioniert alles mit zwei Tasten. Was mich auf jeden Fall ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat, wenn man durch das ganze Grafikmenü durch muss. Ach. Treffer. Ja, aber doch, du kickst eher. Ich war kurz überrascht, dass du dagegen springst. Aber ihr seht schon, ich habe wenigstens einmal gewonnen. Das passiert mir sonst nie. Nein. Er versucht mich abzuhäcken. Nein. Nein. Gerade noch, eigentlich war die Zeit schon aufgelaufen. Achso, weil die Zeit aufgelaufen wurde. Double kill ist, weil du hast mich jetzt zusammen hintereinander gehadshottelt. Achso. Aber das war der Held. Achso, stimmt. Andi lässt mich gewinnen, ich sehe schon. Und dann in der nächsten Folge, dann bin ich Eiskalt fertig. Ich sehe schon kommen. Scheiße, jetzt gewinnst du. Weil du näher dran stehst. Jetzt reicht sie eine Maske runter und dreht sich um. Nein, natürlich nicht. Und die Maske, also ne. Na, sie dreht sich in eine andere Richtung halt, die wird umdrehen. Andi kann hier voll aufbauen. Ach Mist. Ich gewinn auch mal. Was machst du auf jeden Fall mit Patson Gaudi? Du kannst es eigentlich immer ausnutzen, wenn ich Dizzy bin. Du wartest immer ab. Ja. Weil du deine Taktik noch ändern. No way. Cross up for 3. Ah ja. Mit Feuerwerk. Das ist ja genial. Das ist eine Anspielung auf Dr. Doom in Marvel vs. Capcom 3. Der hat auch so ein Special Move. Oder ist das Hidden Missiles? Da sind die auch raus. Das ist voll der Doktor Spruch. Nimm zwei davon und ruf mich nächsten Morgen an. Ja. Wobei das auch ein bisschen pervers ist. Ja. Aber, nein, wir haben letztes Mal Filieri gespielt, von daher. Äh. Wechseln wir mal die Charakter, oder? Können wir auch. Select your character. This is not the situation. Ah. Select your tools. 10% Dive, 10% Dive. Ja, die springt eh nicht hoch. Die haben wir gerade vorhin schonmal ausprobiert. Währenddessen, dass wir die Recordings getestet haben. Und das gibt je zwei einen zu völlig anderen Hintergrund. Ja. Also mein Charakter ist ein bisschen besonders. Der hat keinen richtigen Kick, sondern der hat eher so einen Dropkick, der in einen gewissen Bogen fliegt und man kann ihn aufladen. Das heißt, man kann den Kick gedrückt halten. Und je länger man gedrückt gehalten hat, desto weiter springt er dann. Mhm. Und man sieht auch, bei eben jeder Runde, die er gewinnt, wächst sein Kopf. Beziehungsweise das Ego. Das ist erst wieder ungewohnt. Weil die springt nicht ordentlich nach hinten. Also die andere ist einfach bloß so halb nach hinten gegangen. Und die springt erst nach vorn, bevor sie nach hinten geht. Ändert sich das eigentlich, wenn ich irgendeine Taste länger drücke? Ja, ändert sich. Was ändert sich? Jetzt springen sie zum Beispiel nicht nach hinten. Doch. Ich spring schon nach hinten, nur da ich auch am Ende vom Bildschirm stehe, siehst du es nicht. Ich kann zweimal nach hinten sozusagen springen. Einmal nach hinten springen, oder wenn ich beim Hochspringen nochmal nach hinten springe. Ich merke, das Ego wächst jetzt bei einem Charakter so stark, dass er wegfliegt. Ja. Man kann die Superkräfte auslösen. Jetzt hab ich mir schon mal kurz erklärt. Mir gefällt die andere besser mit zweimal kicken. Das ist ja keine Superkraft, die zweimal kicken. Das ist ja ein normaler Kick. Ein Charakter, den der Markus hat, Kung Tao, kann praktisch einen Portal am Boden des Special Moves im Portal, dieser Crack, in der Luft. Und wenn er dann den Special Move in der Luft macht, dann egal wo sie sich gerade befindet, kommen sie aus diesem Portal wieder raus. Sonst muss man halt auch den Special Move in der Luft machen können. Aber der Andi kann höher springen. Ah, jetzt sollte er umgedreht. Das war doch gemein. Winner! Moment mal kurz kurz. Oh, not losing hab ich nur A. So. Im Match. Death from above. Da war doch vollkommen recht. So, jetzt kann ich mal bisschen warten, weil ich in der Mittellinie stehe und noch Zeit spielen. Da Andi lädt sich jetzt voll auf. Was ist das, wenn mich das tritt? Ich bin glaub ich kurz betäubt. Okay. Zwei. Eins. Gewommen. Mortal Kombat Anspielung wie der ganze Charakter. Kung Tao. Wie Kung Lao von Mortal Kombat. Ich sollte nach hinten spielen, nicht immer nach oben. Ich muss Timing ändern. Rund. Rund. Zwei. Drei. Kick. Check out mein Bubblehead. Puh. Das Special vom Boden heißt Timerscam, wo er einfach 5 Sekunden sein Bubblehead herzeigt. Falschen Bereich gestanden. Ja. Vor allem hab ich nach hinten gedrückt. Aber die springt halt immer erstmal ein bisschen nach oben. Ja man sieht schon wie auf die Charaktere kommt es auf jeden Fall ein bisschen an, was die Verstauberhöhung hinterlässt, wenn die hoch springt. Das ist sowas witzig. Aha. Es gibt bei anderen Welt, die beim allerersten Film eine Szene, wo die Hauptprotagonistin am Fenster sitzt und der Mantel flattert. Und das heißt die Szene der großen Darmwinde. Okay. Weil da ganz klar ist, ob sie die Darmwinde verursacht und was ohne Ton anguckt oder also die macht das Flattern vom Mantel. Aber wir wollen ja nur sehen wie an dieser Kopf wächst. Genau. Jetzt kann er höher springen. Ich muss dazu sagen, bei dem Charakter je größer der Kopf ist, desto höher kann er springen. Wegen der ganzen heißen Luft im Kopf. Aber es ist natürlich auch einfacher, dass man Headshots kassiert. Ja. Ich will auf der Andi zuerst auswählen. Andi passt der Charakter immer auf meine Charakterwahl an. Das stimmt nicht. Da komm ich mit jedem besiegen. Jetzt kommts doch gleich. Ich nehm einfach mal Standard. Tick. Ich nehm mal den hier. Uncle Sensei. Sensei. Sieht man schon, der hat an den Händen auch Schuhen. Der hat nämlich zwei Stances mehr oder weniger. Einmal wo er ganz normal steht und einmal wo er auf seinen Händen steht. Und je nachdem, wie du gerade hoch springst und wo er da gerade ist, in welchem, da verändert sich dann dein Winkel, in den du runterkickst. Das ist auf jeden Fall ziemlich gemein. Ich kann mich für keine Farbe entscheiden. Und er hat einen Seil als Gürtel. Ich kann mich für keine Farbe entscheiden. Und er hat einen Seil als Gürtel. Und er hat einen Zopf. Das ist doch sein Stirnband, oder? Das hinten weiterläuft. Kannst ausschauen wie ein Zopf gerade. Du Scheiße. Kannst aber in der Lucht auch doppelt kicken praktisch. Das ist ja gemein. Was für ein Special? Super Jump. Super Jump. Du kannst die Hände in der Hosentasche. Du kannst von dir noch mal rauskommen. Ich finde der hat cool die Hände in der Hosentasche. Es passt zu dem Kampfstil. Ja. Deswegen war das wahrscheinlich eins von den ersten zwei Charaktere. Soweit ich weiß, kannst du hoch springen und auch zwei Mal Kicken in der Luft. so wie die dr show ist ungefähr das auch in den winkel ein bisschen verändern ja ich kann das einmal was war das denn kick factor ach so stimmt ich bin hier voll ist voll ja ja ich bin der höher mit den händen das ist ja ein bisschen unrealistisch wie aufgepasst so muss das sein mit dem anderen winkel gerechnet so schnell geht von kick factor in dsd ach hinten am fuß mir erzählt auch ich dachte ich könnte auswechseln geschlagen knapp verpeilt hat aber höchstens eine handbreit geführt das ding macht dissi der kick dich ein bisschen in die luft der ruft seine freundin am gewinnen an das ist ja cool und sie schaut das jetzt ja japanisch aus japanisch aus japanisch just don't understand alles noch einmal der ist cool die match die match du hast character select gemacht ich bin ein trotter immer gelb müssen wir uns farblich unterscheiden und setzen wir nach japaner da steht auch ein zopf nicht nur das stirnband stimmt wir können uns auch sehr gemein sein und sagen wie dieses match ausgeht sehen wir in der nächsten folge bis dann ich hoffe das ist gemein ach ich bin ein aber ich bin ein ich bin ein ich bin ein